Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Ihre Marke eine Schärfung braucht, dass sie geschärft werden muss, dass sie bessere Kontur braucht? Oder haben Sie sich überhaupt schon Gedanken über Ihre Marke gemacht? Ich frage das in aller Zurückhaltung, aber ich weiß auch, dass viele Unternehmen gerade im B2B-Bereich sich noch keine Gedanken über das Thema Marke gemacht haben oder nicht abschließende Gedanken gemacht haben. Und ich weiß auch, dass viele Unternehmen, die entweder eine gut eingeführte Marke haben und auch Unternehmen, die noch keine so gut konturierte Marke haben, über eine Hürde zu gehen haben. Die Hürde heißt nämlich, das Thema strukturiert anzupacken. Haben Sie einmal darüber nachgedacht, dieses Thema strukturiert anzugehen in letzter Zeit? Viele von Ihnen werden jetzt sagen, ja, das haben wir. In Ordnung. Aber manche von Ihnen werden sagen, nein und wir wissen auch nicht wie. Was wäre, wenn Sie im Rahmen dieser Überlegungen auf einen Fundus an Wissen zugreifen könnten, erprobten Wissen, kein Elfenbeinturmwissen, das Sie nutzen können, 365 Tage im Jahr, sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, um diesen Prozess der Markenerarbeitung oder der Markenschärfung, Markenkonturierung besser zu führen, schneller zu führen, wirksamer zu Resultaten zu kommen. Was wäre, wenn das möglich wäre? Die gute Nachricht ist, es gibt dafür etwas und das ist die Mandat-Wachstumswelt, die wir entwickelt haben. Wenn Sie das interessiert, senden Sie mir eine E-Mail guido.quelle-at-mandat.de